So, was könnt ihr machen wenn es Bordel geht? Augenverbindung? Ja, oder? Schleifung werden sonst. Das ist gut. Ihr könnt ihn natürlich auch so legen. Und da. Und da hatte ich Augenkartenten. Ah, fett. Und so. Das könnte ich auch machen. Andere, ich glaube nicht. Und in die Dinger. Danke. Schon da. Shit. Das war's. Ne. Okay, okay. Wir gehen das weiter. Boop. Ich habe die Schüssel. Warum? Natürlich auch das. Jetzt kann ich auch noch ein bisschen. Schön. Ja, geil. Wollte ich doch hin? Ja, mein Schleschen. Okay. Me. Ein... Ein.... Ein... Ein... E... A... Sascha! Scheiße! Sascha? Willst du mich vernaschen heute Nacht? Scheiße! Sascha! Nicht mehr! Ich muss ein Schiff machen für den Batsker. so schön so 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 ich bin zu Hause Naruto? Wacka Vorsicht mit seinem Garten Vorsicht Happy Birthday Sasuke Wow Das ist wohl süß Dankeschön Alles Gute Auf dich Auf uns So dann hau mal rein Tomaten ja ich hab echt alles versucht aber ich mag Tomaten so 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 naja ich hätte schon noch Hunger was willst du? naja es hat blonde Haare Herzeiler liebst süße Tomatenflecken auf dem weißen Hemd und dann wirklich faszinierend und knackarsch wegen deinem Geschenk das habe ich noch im Schlafzimmer das kann ich dir dann gleich geben darf ich das Geschenk auch auspacken du darfst es auch auspacken das Geschenk freut sich auch schon aufs auspacken oh ja ich freue mich auch aufs auspacken und ein bisschen mit dem Geschenk zu spielen ich würde sagen ich gebe dir das einfach doch gibts mehr den Geschenk zu spielen tsch 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 tsch